Hallo, das ist Paul vom DoodleMaker. Team DoodleMaker ist die Videoerstellungssoftware der nächsten Generation mit künstlicher Intelligenz, mit der Glasscheiben für breite Brette, Tafel oder ein beliebiges Hintergrund-Doodle-Video in Farbe oder schwarz-weiß. In wenigen Minuten. Sie haben endlose Möglichkeiten und Sie haben volle Flexibilität, da Sie die Farbe Ihrer Hintergründe anpassen können. Und ja, Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Bildhintergründe hochladen. Sie können in drei beginnen. Einfache Schritte, die zuerst von über 300 professionellen, anpassbaren Vorlagen aus einer Vielzahl von Branchen verwendet werden, und diese atemberaubenden Videovorlagen sind. Im Breitbrett-Format, Glassport, Forma- und Tafelformat, das Sie sofort anpassen können, da Sie kommen und einsatzbereit sind, Effekte, Animationen und professionelle. VoiceOver alles für Sie erledigt. Dies ist die schnellste und einfachste Möglichkeit für Sie, dynamische und farbenfrohe Doodle-Videos mit Rekordgeschwindigkeit für sich und Ihre Kunden zu erstellen. Punkt jede Vorlage kann in unseren Dragon Drop Canvas Editor vollständig überprüft werden, und Sie können Ihre Änderungen in Echtzeit anzeigen. Die zweite Option beginnt bei Null, wo Sie einfacher Text und die App findet automatisch alle relevanten Doodle-Assets und erstellt Ihr gesamtes Video, einschließlich zum Leasing von Textansprach VoiceOver. Die dritte Option ist, Sie kann jedes YouTube-Video mit Stimme in ein Doodle-Video umwandeln, in dem ein einfaches Mädchen eingefügt wird. Die App transkribiert das Video automatisch und erstellt das Doodle-Video in 70 Sprachen. Mit nur einem Klick kann die App automatisch entweder schwarz-weiß oder sogar Vollfahrt-Doodle-Videos erstellen. Sekunden. Das kann mit Text-Effekten, Übergängen und vielem mehr noch weiter angepasst werden. Dies bedeutet, dass Sie jetzt Ihren Blog-Pfosten konvertieren können. Artikelstreuer oder ein vorhandenes Video in einem Doodle-Video einfacher als je zuvor. DoodleMaker ist die größte Online-Bibliothek für Assets. Dies bedeutet, dass Sie unbegrenzte Möglichkeiten haben, mehr Zweck-Videos für jede Branche zu erstellen. Sie können sogar Ihre eigenen Fotos hochladen und Sie endete Videos mit verschiedenen Handstile und mehrere animierte Übergänge. Innerhalb von 45 Sekunden haben Sie ein vollständig professionelles Video bereit, unabhängig davon, welche Option Sie aus künstlicher Intelligenz erledigt die ganze Arbeit für Sie. Es ist einfacher als die Verwendung von PowerPoint und Sie können die Ebenen, Objekte und Zeitleisten mit nur wenigen Klicks vollständig auf jedem Gerät, auch unterwegs. Mit unserer preisgekrönten Texas Speech Engine können Sie unbegrenzt faszinierende Diddle-Videos in über 60 Sprachen erstellen, darunter 160 Essen- und Frauenstimmen, und Sie haben keine Grenzen in der Verwendung unserer Text-to-Speech Engine jemals. Und um Ihre Wiederstellung auf die nächste Stufe zu heben, können Sie benutze Doodle Maker. Klicken Sie mit einem Klick auf die Video-Übersetzungs-Engine für künstliche Intelligenz, mit der jedes Video, einschließlich Ihres vorhandenen Doodle-Herstellers, in Sprache automatisch, sodass Sie ein internationales Publikum erreichen können, ohne eine Knie-Kreativität zu benötigen. Sie können Ihre Videos mit Hilfe unseres integrierten Hintergrundmusik-Bibliothek und Vorschau Ihrer Projekte in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Und wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Video erstellen, und Ihr Video wird in der Cloud in Full HD 1080p Qualität in unserem großartigen Amazon-Dienst ohne Wasserzeichen, Dural, gerendert. Mecha bietet unübertroffene Vielseitigkeit, und hier gibt es keinen anderen Rep auf dem Markt, den Doodle Maker um jeden Preis erreichen kann. Wir haben eine Menge anderer unglaublicher Funktionen. B. Unsere One-Click-Foto-Doodle-Converter-Technologie, wird dir jedes Bild in ein Doodle-Gemälde mit unbegrenzten Funktionen zum Entfernen des Hintergrunds künstlicher Intelligenz umgearbeitet. Dies bedeutet, dass Sie Hintergründe von unbegrenzten Fotos und Bildern entfernen und Sie ein Sekundenschnelle zu farbenfrohen Gemälden im Doodle-Stil machen können. Und sobald Sie erschienen Ihrem Projekt können Sie die Videos verkaufen, um Sie für jeden Preis an unbegrenzte Kunden zu erstellen. Lizenz für wie viel Sie fragen. Punkt. Sie können jedes Doodle-Video ganz einfach auf Freelancer-Plattformen wie Upwork.com, Fiver-Freelancer.com oder direkt an Kunden für 300 US-Dollar verkaufen. 500 US-Dollar oder mehr für jedes Video. Und das ist erst der Anfang, da Sie unbegrenzte Doodle-Videos twittern können, indem Sie Ihre eigene Stimme hochladen. Sprachmaschine oder mit unserer Bibliothek von mehr als 300 professionellen Männern und Frauen wiegt über. Ihr Gewinnpotenzial ist ebenfalls unbegrenzt und Sie können sofort loslegen. Wir haben die besten Videoschulungen und branchenführenden, freundlichen Kundenbetreuer verstärkt, die bereit sind, Sie zu unterstützen, um sicherzustellen. Vielen Dank, dass Sie sich diese Demo von Doodle-Maker angesehen haben. Wir hoffen, Sie von innen zu sehen und sofortigen Zugriff auf den Hersteller zu erhalten. Alles was Sie tun, um loszulegen.